Ihr wisst, ich bin einer der Produzenten von eurem Film Good Boys. Das sind Vasen. Wie dem auch sei, ihr dürft den Trailer von eurem eigenen Film nicht sehen. Was? Dein Ernst! Da hast du uns! Ihr seid zu jung! Aber wir haben deine Filme gesehen, so wie Superbad. Echt, den habt ihr gesehen? Der hat sich nicht gut gehalten. Als du den gedreht hast, gab's noch keine Schwarzen, hä? Ich bin aus Kanada. Wir kennen auch Sausage Party. Ihr kennt Sausage Party? Du machst ein Cartoon draus? Großer Fehler, Alter. Hat er euch gefallen? War ganz okay. Ich bin eingepannt. Tja, wisst ihr was? Ich wollte mich eigentlich für euch einsetzen, aber jetzt fickt euch. Wir gehen jetzt auf die Junior High. Wir müssen also so ein Kram machen. Ich weiß, was Kokain ist. Annabelle! Los, verpiss dich hier! Nur für Beanbag Boys, du kleine Ratte! Annabelle hat Dateline gesehen. Jetzt weiß sie, was Kokain ist. Hi. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gott! Scheiße, Mann! Ich will auch ein Beanbag Boy sein. Ich lass mir auch einen Mini-Penis wachsen wie Thor. Mom! Au! Heute ist unsere erste Highschool-Party. Da kommen auch Mädchen. Wisst ihr, was das heißt? Drama! Nein, küssen. Ich bin raus. Ihr seid wohl nicht die beliebten Kids der Schule. Du willst nicht auf Sausage Party, ohne zu wissen, wie man küsst. Hey, Stranger Things, verpisst euch endlich! Ich hab ne Idee. Schreib küssen. Bist du 18 oder älter? Wie viele Inge-Männer hat sie denn? Der Typ hatte vom Küssen keine Ahnung. Der hat der Frau das Arschloch geküsst. Willst du ein Arschloch küssen? Nein. Spionieren wir meine Nachbarin aus. Die ist ne totale Nymph-Humanin. Sie legt Feuer? Nein, sie ist ne Nymph-Humanin. Das ist jemand, der Sex an Land und im Wasser hat. Oh! Nein! Damit kriegen wir die Drohne wieder zurück. Ihr habt meine Tasche geklaut? Kein Schritt näher! Oh mein Gott, da ist Molly drin. Eurenwegen haben wir Drogen auf einen verdammten Spielblatt geschleppt? Lauf, raus! Wir müssen die Drogen loswerden. Dann werfen wir sie in den Wald. Das ist ne Sexdroge. Was, wenn ihr einen Fuchs frisst und versucht, ein Eichhörnchen zu ficken? Der tötet es. Wenn wir nicht auf die Party gehen, sterbe ich. Nein! Nein! Alles Bestens! Ich lebe einfach hier! Ihr seid ja kleine, üble Gangster. Also behandle uns nicht wie Kinder. Wir sind fast teens. Wir wissen, wie sowas läuft. Eine Schaukel für drin? Was macht ihr da? Die Schaukel ist zum Sexen. Die benutzt man, um Sex zu haben. Wir wissen immer noch nicht, wie man küsst. Meine Eltern haben ne Wiederbelebungspuppe, mit der können wir üben. Stopp! Du darfst niemanden küssen ohne sein Einverständnis. Darf ich dich küssen? Was magst du so an mir? Du bist süß. Ich finde, du riechst gut. Du bist ne sehr hübsche Wiederbelebungspuppe. Du darfst.